Herzlich Willkommen, liebe Lernenden da draußen zum Römerbrief Neues Testament Kapitel 15 Vorlesen mit Nature 23 und Erklären des Inhaltes. Das wollen wir heute machen hier mit diesem Kapitel und legen wir los. Es schulden aber wir, sagt Paulus, die Kräftigen oder die Mächtigen, kann man auch übersetzen, die Schwächen der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Es gibt also Menschen, die sind natürlich im Glauben stärker, weiter, aus bestimmten Gründen, die kann es auch geben, aber es gibt nun mal halt Glaubensgeschwister, die sind halt noch nicht so weit oder die haben nicht das Potenzial, diese Glaubenskraft, Höhe, was auch immer, zu erreichen wie andere. Und darauf soll man Rücksicht nehmen. Und dementsprechend sagt Paulus hier, dass man halt auf die Schwächen der Kraftlosen achten soll. Nicht sagen, ich weiß was, ich kann was, die anderen ja alle sind, ja, kurze Unterbrechung. Ja, also wie gesagt, sollen die, die schon weiter sind im Glauben, Rücksicht nehmen auf die, die noch nicht so weit sind oder dieses Potenzial nicht so leicht erlangen, auf den gleichen Stand zu kommen. Vers 2 Ein jeglicher gewiss demnach von uns den Nächsten gefalle, dazu das Gute zu tun zur Auferbauung. Ja, also es soll natürlich immer gefördert werden, der Aufbau des Glaubens, des Glaubensbruders, des Nächsten, wie auch immer, da ist, ja, um uns herum. Und wir sollen immer schauen, dass wir die positiven Aspekte ausleben, aufzeigen gegenüber den Nächsten. Und gewiss demnach der Christus keinesfalls sich selbst gefällt, Sondern gemäß, wie geschrieben ist, die Schmähungen der Schmähenden, dich sind gefallen auf mich. Ja, also auch hier wird natürlich der Christus so behandelt von den Menschen, ja. Und, ähm, ja, so sollen wir halt auch bedacht sein, dass letztendlich, ähm, man sich immer um den Nächsten kümmern muss, ähm, dass man auch das, was halt einem selber passiert, ähm, gegenüber anderen, vielleicht Glaubensschwachen, die dann angegriffen werden, ja, du kannst ja gar nichts, du bist zu nichts fähig als Christ, dass, wenn man dabei steht, halt, äh, auch der mal sagt, Moment mal, stopp, so geht's nicht, ja, du hast nicht so mit dem Glaubensbruder umzugehen, ähm, auf diese Art, ja, ähm, sondern da muss man sich anders verhalten, ja, unter den Glaubensgeschwistern und gegenüber auch dem Nächsten, ja. Ja, also man soll sich drum kümmern, um die Dinge. Vers 4. So viel gewiss dem nach vorher geschrieben wurde, für die unsere mehr noch Belehrung wurde es im Voraus geschrieben, dass durch des Ausharrens und die Ermahnung der Schriften die Hoffnung wir haben mögen. Ja, nur alles, was aufgeschrieben ist, ja, soll uns ja in der Bibel dazu anleiten, in allen Dingen, die die Bibel umfassen, ja, dass wir uns dadurch belehren lassen. Auch was im Alten Testament geschrieben steht, ja, alles, was wir an Schriften haben, sollen wir auf alle Gebiete des Glaubenslebens, des Reiches Gottes, der Themen, die wir in der Bibel vorfinden, anwenden, studieren, ja, ermahnen und, wie gesagt, uns darauf vertrauen und hoffen, dass das dennoch alles so kommt. Da muss man sich auch damit beschäftigen. Vers 5. Der aber Gott des Ausharrens und des Zuspruchs, er möchte geben, euch dasselbe Gesinn zu sein, untereinander gemäß des Christus Jesus. Also, Jesus als Vorbild, mögen wir doch, auch so wandeln, wie er gewandelt ist, so wie er umgegangen ist mit den Menschen, dass wir auch umgehen und den Geschwistern. Ja, alle Christen schauen natürlich auch auf den Vater des Christus und er soll verherrlicht werden von allen und nicht da irgendwie Murrin und Zanken und untereinander, sondern da sollte man schon die gleiche Gesinnung haben. Vers 7. Darum nehmt aneinander, gemäß wie auch der Christus annahm uns zur Herrlichkeit Gottes. Ja, da gab es ja auch Unterschiede zwischen dem. Der eine war gläubiger als der andere und so weiter, aber Jesus hat sie alle angenommen. Ja, natürlich darf Ermahnung auch sein, aber alles so ein Maß, was die Bibel auch vorgibt. Ich sage aber, Jesus Christus ein Diakon geworden ist, also ein Diener der Beschneidung, also die Leute, die beschnitten waren, für die Wahrheit des Gottes dazu, das zu bestätigen, die Verheißungen der Väter. Wurde über Abraham, Isaac, Jakob, Beschneidung, deswegen wurde es erstmal alles durch das Volk Israel gebracht, bis hin zu dem Haus Judah am Ende durch den Christus selbst, der unter dieser Zeit geboren wurde. Die Abernationenvölker, also alle Völker der Welt außerhalb Israels, und wir können auch noch die nicht-abramitischen Völker, die Abernationenvölker für die Barmherzigkeit verherrlichen den Gott. Gemäß wie geschrieben worden ist, durch dieses ich werde huldigen, dich unter die Nationen und dem deinen Namen werde ich Seiten spielen. Ja, die Nationenvölker erkennen auch, dass Gott barmherzig ist, dass er auch auf sie ein Auge hat, und jeder kann halt aus allen Völkern Gott dienen, Preisen huldigen oder Seiten spielen, Lobpreis und das Gleiche. Und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationenvölker, zusammen mit dem seinen Volk. Alle dürfen mit dem Volk Gottes, das ist Israel, zusammen, wenn man selbst nicht bluttechnisch aus dieser Linie kommt, und auch zusammen sich an Gott erfreuen, den Gott Israels. Und wiederum lobt den Herrn all die Nationenvölker und lobpreist ihn all die Völker. Und wiederum Jesaja sagt, es wird sein, die Wurzel des Isai und der aufstehende Fürst zu sein der Nationen. Auf ihn werden hoffen die Nationen. So prophetisch, dass man erkennt, dass aus Israel die Wahrheit kommt, also aus der Bibel letztendlich. Die Bibel ist ja am Volk Israel, das muss man hoffen, dass die Israeliten auch die Bibel predigen. Und ja, da wird der König herkommen und der Herrscher von Ewigkeit zu Ewigkeit über alle Völker. Aber der Gott der Hoffnung möge euch erfüllen mit aller Freude und allen Frieden in dem Glauben, damit, dass ihr Überfluss habt in der Hoffnung, in der Macht des Heiligen Geistes. Ich bin überzeugt, aber meine Brüder, euch selbst, ich betreff's euch, dass auch selbst geweihtet ihr seid, von Gütigkeit erfüllt worden, mit jeder Erkenntnis vermögt auch einander zu ermahnen. Also irgendwie hofft Paulus, alle kennen die Schriften und können dementsprechend untereinander sich schleifen und nochmal Achtung hier, pass auf und da Bibelfers und so und so, dass man da immer wieder untereinander natürlich auch in der Erkenntnis zunimmt, indem man einander ermahnt. Und nochmal hier, pass mal auf, so steht es in der Bibel drin. Achso, ah, okay, danke für den Tipp. Ja, dass wir nicht in diese Fallen tappen. Vers 15. Es ist gewagt, aber, ich schreibe euch, Brüder, zum Teil, wie ein Erinnernder euch, aufgrund der Gnade der gegebenen mir von des Gottes, damit, dass ich sei der Volksamtsträger Jesu Christi für die Nationenvölker, priesterlich wirkt des Evangeliums des Gottes, dass geschehen möge die Darbringung der Nationenvölker wohl annehmbar geheiligt worden im Heiligen Geist. Paulus nimmt nochmal auf seinen Dienstbezug, er ist da eingesetzt worden, ja, ein Volksamtsträger Jesu Christi zu sein, so ein Beamter, der im Auftrag Jesu Christi jetzt die Nationenvölker, die nicht beschnitten sind, am Fleisch davor haut, ja, zu dienen, dass sie auch gebracht werden, Gott, als annehmbar. Ja, und das hat er natürlich auch gemacht. Jetzt liegt es nur noch an den Nationenvölkern selbst, jeder Mensch, der darunter lebt, ob er das will oder nicht. Ja. Ich habe nun das Rühmen in Christus Jesus im Bezug, das zu Gott. Und, also er hat im Auftrag Christi diese Dinge gemacht, er sieht, es hat, es funktioniert, er dankt Christus und durch Christus Gott am Ende. Ja. Dass dieser Dienst gut war. Jesus hat etwas Gutes gemacht, indem er Paulus dazu eingesetzt hat. Und Gott hat Christus eingesetzt. Ja. Und hier sehen wir, dass Paulus auch nur sich selbst als ein Diener sieht. Ich habe da auch nur meine Aufträge erledigt, die ich von Jesus bekommen habe. Jesus hat auch seine Aufträge erledigt, die er von Gott bekommen hat. Tja. Also rühmt er sich in seinen Auftraggebern. Keinesfalls gewiss demnach, ich wage es zu sprechen, was deren keinesfalls es bewirkt, der Christus durch mich zum Gehorsam der Völker im Wort und Werk. Ja. Also er sagt immer, ich mache ja nie nichts, ich bin nicht von mir aus in meinen Namen gekommen, hier kommt der Paulus und er kann ganz viele tolle Sachen, sondern er sagt, Christus hat mich gesandt und hat mich befähigt und durch ihn geschieht das alles. Das, was ich rede, habe ich von Christus gelernt und es gab ja auch gar kein neues Testament zu der Zeit, ja. Und auch das Werk, das ich tue, Wunder, Heilungen, Dämonen, Austreibung und so weiter, dass das ja irgendwie alles durch Christus passiert und nicht durch Paulus selbst. Ja. In Kraft oder Macht, Zeichen und Wunder in der Macht des Geistes. Heiliger Geist, auch geseilt und auch gewirkt, hat er natürlich, ne, durch den Geist Gottes. Wird hier auch nochmal Paulus auf ihn Bezug genommen, dass er sagt, also ich mache das alles nicht, die ganzen Totenauferstehungen, also ich bin nur das Werkzeug, aber der, der es ermöglicht, ist letztendlich nur Gott, der durch den Heiligen Geist mich dazu befähigt hat, durch Christus diese Dinge zu wirken. Ja. So, dass ich von Jerusalem und ringsum bis zu des Illyrium, Illyrien, Entschuldigung, voll ausgerichtet habe, die gute Botschaft des Christus, ne, Evangeliumsbotschaft über Jesus und dazu heißt es ja, dass dadurch die Wunder auch gegeben sind zur Bekräftigung der Botschaft, dass die Leute es auch glauben und annehmen. Also hat mal Gott zugelassen, dass durch den Geist dort und dort weniger, mal mehr Wunder, mal keine Wunder geschehen sind, die diese Botschaft bekräftigt haben. Also, da wo noch nicht das Neue Testament, gepredigt wurde, dort ist Paulus hingegangen und dort hat auch vermehrt Gott gewirkt mit Zeichen und Wundern, mehr als dort, wo das schon als bekannt war. Darum auch wurde ich gehindert, dass oftmals dessen zu kommen, zu euch, also zu den Römern, nun aber nicht länger einen Ort, ich habe, in den diesen Land streichen, die Sehnsucht, aber habe ich dessen zu kommen, zu euch, seit vielen Jahren. Also er ist überall Spanien, er ist auch so viel rumgereist, Griechenland, Türkei, also die heutigen Orte, wie sie benannt werden, ja, und da war natürlich ihm wichtiger, dass Leute die Botschaft hören, die es noch nicht gehört haben, als dass die Leute, die schon Christus angenommen haben, nochmal Paulus sehen und natürlich ist das auch okay, er sagt ja auch, ich habe es versucht, manchmal klappt es, manchmal hat es nicht geklappt, weil ich Prioritäten setzen musste, zu den Orten hinzugehen, wo Christus mich hinbeordert hat. Das war nicht immer zu den gleichen Gemeinden zu gehen. Vers 24. Wie wenn etwa ich gehen sollte, nach des Spaniens, werde ich kommen zu euch. Ich hoffe gewiss demnach hindurchgehend zu sehen euch. Also immer pragmatisch, immer so abgewegt, wenn ich jetzt dahin gehe, kann ich nochmal die besuchen auf dem Durchgangsweg, werde mich zwar nicht lange da aufhalten, aber kann man mal gucken und die Leute sind froh, mich wieder zu sehen, je nachdem, wo meine Reiserouten landen. Und unter euch weitergesandt zu werden, da selbst, wenn etwa bei euch zuerst zum Teil ich mich gesättigt habe. Oh klar, Katharina, jetzt bin ich wieder hier, ich brauche ein bisschen Unterstützung für die weitere Missionierung. Aber natürlich auch von ihnen aus, denn gleich war so ein Anspruch an die Ortsgemeinden, wo er wieder vorbeikommt. Vers 25. Nun aber gehe ich nach Jerusalem, Diakonensdienst zu leisten den Heiligen. Es schien ihm gut, ihm gut gewiss demnach in Mazedonien und Achaia etwas, eine Gemeinschaft, etwas beizutragen, eine Gemeinschaftsbeisteuer für die Armen, die Heiligen, der in Jerusalem. Man hat mal geschaut, da wo jetzt da Missionierung war und heilige Arbeiter oder auch Arme, die nötig haben, dass man da mal Geld eingesammelt hat. Ja, bei den reichen Gemeinden, um die armen Geschwister zu stützen oder halt die Bedürftigten. Das sind ja die Heiligen, die missionieren, die den meisten auf Kosten der Christen leben. Ja, ähm, ja. Vers 27. Es erschien ihm gut, gewiss demnach auch ihrer Schuldner zu sein, wenn gewiss demnach die ihre geistlichen Güter sie gemeinschaftlich beisteuern, die Nationen, Völker schuldig sind, auch an den fleischlichen Gütern ihnen ein Volksamzträger zu sein. Also er sagt noch mal, pass mal auf euch, hat der Allmann das Evangelium gepredigt durch Leute, die auch die geistigen Güter sozusagen verteilt haben unter euch. Ja, und jetzt müsst ihr natürlich einen Ausgleich machen, dass ihr auch den Leuten etwas zurückgebt, dass ihr, wie gesagt, hier eure Finanzen, Nahrungsmittel, was auch immer, Gutscheine für Reisetickets, was auch immer Paulus damals alles angenommen hat von den Heiden, Völkern, Nationen, Gemeinden, damit auch dort wieder etwas zurückkommt und der Dienst nicht aufhört. Ja, so die Armen was haben zum Essen, die fleischliche Nahrung für die Armen, als auch die geistige Nahrung, die auch durch Lehrer, Pastoren, was auch immer, Evangelisten und andere Dienste in Christus getätigt werden, wo die Leute dann aber kein Geld mit verdienen, sondern unterstützt werden sollen von den Christen, die wohlhabend sind. Vers 28, dieses nun vollbrachthabend und sicher versiegelt, ihnen, die diese Frucht, werde ich gehen durch euch nach des Spaniens. Nachdem er alles erlegt hat, will er denn auch irgendwann mal die Römer besuchen und nach oben, dann geht es weiter nach Spanien. Ich weiß aber, dass ich komme zu euch in Vervollständigung des Segens, des Evangeliums des Christus ich kommen werde. Vielleicht auch noch mal was Neues mitzubringen und vielleicht neue Botschaft, neue Bibellehre, wie auch immer. Ich ermahne aber euch, Brüder, durch des unseres Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes zu ringen mit mir in den Gebeten für mich zu den Gott. Also das Mitgebet, für Bittgebet, für Paulusbeten, für die Missionare, für die Gemeinde, das sollen auch alle Christen natürlich tun weltweit. Auf das ich geborgen werden möge von dem Widerspenstigen, damit meint er Juden oder Nationen, Völker, Menschen, die was gegen Paulus haben. Ja, also sozusagen die Nichtchristen, die bösartig einen behandeln. Soll man halt beten, dass diese Leute nicht an diese Menschen herankommen, an einen Paulus, sondern dass er ungehindert in Ruhe den Dienst weitermachen kann. In dem Judäa und das der, mein Diakondienst, der nach Jerusalem angenehm werde, den Heiligen. Also immer die Gebete für seine Missionsdienste, dass sie gut gelingen. Dass in Freude ich kommen möge zu euch durch den Willen des Gottes und mit euch ruhen werde. Auch hier wieder macht die Gemeinde das fleißig, geistige Gaben, fleischliche Gaben, Gebete, materielle Unterstützung. Dann sagt Gott, gut, jetzt werde ich auch euch wieder etwas Gutes tun, nämlich dem Paulus zu euch schicken, wer das erschafft. Als Ausgleich. Also wird das alles nicht getan von den Nationen, Völkern, lässt Gottes wohl auch gar nicht zu, dass Paulus wieder vorbeikommt und die gute Lehre predigt oder er überhaupt gute Reisen hat. Vielleicht hat er mehr Hindernisse dadurch, weil die Christen zu wenig beten, um den Leuten die Missionierung durchführen, auch den Weg freizumachen durch Gebete. Aber der Gott des Friedens sei mit euch allen Armen. Und da die noch mal Paulus, die römisch, Rom lebenden Gemeinden, nur die Gemeinde Christus, dort noch mal auf. So, das war Kapitel 15. Nur einige Themen wieder hier mit den Glaubensschwachen, wie man umgehen soll, wie man generell mit den Menschen umgehen soll, die noch nie so weit sind im Glauben. Den nächsten generell und das halt noch mal alle hier ermahnt werden und den Umgang mit dem Wort Gottes und der Beisteuer, damit das Reich Gottes weiter aufgebaut wird auf Erden durch die Missionare im Christentum. So, das war's. So Gott will, werden wir uns dann beim nächsten Mal Kapitel 16 widmen.